Hallo liebe Kreuzfahrtfans, in diesem Video möchten wir euch das Restaurant Casanova vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen! Das italienische Restaurant Casanova befindet sich auf Deck 8 in der Mitte des Schiffes. Das Restaurant grenzt an der einen Seite an die Eisbar und auf der anderen an das Brauhaus. Das Essen hier ist im Reisepreis enthalten, die Getränke müssen aber extra bezahlt werden. Am besten reserviert man den Tisch hier im Voraus, möglichst vor Reisebeginn. Das Essen kann man sich selbst aus mehreren Gängen zusammenstellen. Man hat die Wahl zwischen mehreren Antipasti, Suppen und Salaten, aus 5 Pasta-Gerichten, 5 Hauptgerichten und 3 Desserts. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt, das Essen war sehr lecker und dazu auch noch schön serviert. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017